Wenn du oder als ich zum Beispiel jetzt 16, 17, 18 war, da hatte ich noch total gar keine Ahnung, wie Frauen funktionieren, was, ah, die sind ja so ein Mysterium und so weiter und hatte dann sehr viel häufig Schmetterlinge im Bauch und hab halt diese R'n'B-Schnulzen gehört und mir vorgestellt so, ach, was wäre, wenn, ach, wir würden ja mit dem Einhorn gern Regenbogen reiten und so weiter. Aber der Knackpunkt dabei ist, dass immer, wenn ich in diesem Modus war, habe ich diese Frauen niemals bekommen. Und immer, wenn ich dann nicht mich für eine Frau interessiert habe auf diesem Level, dann habe ich sie bekommen. Und das fand ich dann halt immer krass und da können wir viele Männer bestimmt auch beipflichten, dass je mehr du emotional auch hier am Anfang zumindest distanziert bist, desto eher kannst du eine Frau verführen. Und das ist ja schon mal das erste Paradox.